Musik Hallo und grüß euch zu unserem dritten Snorri-Board vom Brixental. Dank Frau Holle und tatkräftiger Unterstützung der über 1600 Skiwelt Schneeerzeuger dürfen sich Fans der irrsinnig großen Skiwelt Wilder Kaiser Brixental freuen. Angenehme Temperaturen, dauerhafter Sonnenschein und eine unglaubliche Pistenbeschaffenheit lassen die Herzen aller Wintersportler höher schlagen. Mit der neuen und schnellsten Achtersesselbahn der Welt sorgt die Skiwelt Wilder Kaiser Brixental für noch mehr Qualität und Komfort. Mit einer Geschwindigkeit von 6 m pro Sekunde befördert die neue Jochbahn bis zu 3000 Personen und sorgt somit für noch mehr Pistenvergnügen. Diese Woche eröffnen unsere Christkindl-Märkte und auch sonst noch so einige stimmungsvolle Veranstaltungen im Brixental. Diese könnt ihr auf unserer Homepage www.kidsalps.com.de nachlesen. Musik Was hältst du für die Pistenverhältnisse? Ja toll, die Pistenverhältnisse sind toll für diese Lage und man muss froh sein, wenn ein bisschen Kunst nicht gemacht wird heutzutage. Und man ist halt nicht so hoch drauf und das Wetter dementsprechend, toll natürlich hier, passt schön. Ja, und was sagst du? Ja, einfach spitze, super. Hier macht es richtig Laune. Wenn das Wetter noch so bleibt, die Sonne uns anlacht und du uns anlacht, dann fahren wir gleich wieder los. Tschüss, Ade, viel Spaß. Und jetzt habt ihr wieder die Möglichkeit, bei unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Wir verlosen zwei Tage Ski-Bässe von der Ski-Welt Wilder Kaiser Brixental. Meldet euch an auf www.snowreboard.at Kitzbühler-Alpen Einfach bärig Musik 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 Kitzbühel und Kirchberg Willkommen im besten Skigebiet der Welt Musik Kitzbühel und Kirchberg Ihr perfekter Winter Musik 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 Musik